Das war nur Hand hoch. Das war nur Hand hoch. Wir brauchen einen Daumen. Hand hoch gilt nicht. Ja, okay. Sie sind aus der etwas älteren Generation. Das war Hand hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Alter Schwede. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute mit der lieben Julia hier am Start. Und dem bei Flo97. Nach langer Zeit mal wieder. Die Leute haben ja schon gefragt, wo bleibt der Flo? Wann kommt wieder was mit Flo? Jetzt ist es endlich soweit. Und wir haben uns heute eine kleine Challenge ausgedacht. Und zwar sind wir hier im schönen Oberhausen. Es ist Weihnachtsmarkt. Und wir dachten uns so, ey, wer kriegt von uns mehr Daumen hoch? Und dann machen wir jetzt ein Battle draus, oder? Flo, sag doch immer was. Warum hast du eigentlich keine Brille an? Hä? Da vorne hier. Ja. Hey. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat gar nichts gemacht. Warum hast du keine Brille auf? Das ist mir jetzt aufgefallen. Ach so. Hat er vergessen. Da hab ich nicht gefunden. Was? Hä? Also ich bin jetzt Arsch lang. Ich hab kein Moffeld mehr gefahren. Also ich hatte richtig lange Pause. Und ja, da hab ich die kurze Hand vergessen, wo ich die hingepackt hab. Oh Mann. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, es sind ja drei Grad, von daher der Wind ist gar nicht so kalt. Super angenehm. Jetzt ist man super wach. Ach so. Ja, stimmt. Ich hab ja voll vergessen. Ich bin auf der MT-07 von Dave unterwegs, weil meine Husqvarna... Nein! Nein! Warte, ich will auch halten. Ja, mir auch! Hallo, den gleichen ist ja voll assi. Hallo! Den gleichen ist ja voll assi. Nö. Nö, natürlich. Der ist ja schon ausgebraucht. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt Plus-Minus-Null wieder. Man darf nicht den gleichen nehmen, okay? Okay. Okay. Aber was ich grad sagen wollte, ich bin auf der MT-07 von Dave unterwegs. Grüße gehen raus an Dave. Grüße gehen raus an Dave. Richtig korrekt. Meine Husqvarna ist nämlich gerade bei Niklas. Da wird ein bisschen was dran geschraubt. Hi, kleine. Hi. Hat der... Boah, das sind so viele Leute, ich kann die gar nicht spotten. Junge! Doch, klar. Krank! Okay, warte, wo kriegen wir... Hier, hier, hier. Ey, wie viele einfach hart ignorieren, das gibt's gar nicht. Hallo! Ja, warte. Hier. Hier, warte, jetzt müssen wir stehen bleiben. Gut gemacht! Super! Super! Warte, jetzt hier. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ja! Ja, das ist meiner! Wuh! Oh, warte, warte, warte. Wie steht's jetzt eigentlich? Wir müssen so einen Counter, einen Kanter. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, Kanter. Einen Kanter, einen Counter müssen wir einrichten. Oh, Mann, ey. Warte, jetzt hier? Er hat genickt. Er hat genickt. Wirklich so eine Reaktion. Ah, Mann, ey. Wo sind denn noch ein paar? Da sind noch ein paar Leute. Ich glaube, ich lege im Moment in Führung. Ich will nichts sagen, aber... Wuh! Die beachten uns nicht, weil wir so im fließenden Verkehr sind. Hier. Hier. Das ist doch ernst. Lol. Eiskalt ignoriert. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Junge. Unglaublich. Warte, wo können wir denn noch lang? Hier kann man doch irgendwo noch ins Zentrum rein. Da geradeaus? Wo geradeaus? Hier rechts, oder was? Okay. Ja, ja. Warte. Ich werde safe gewinnen. Ich bin so ehrgeizig. Krank, was ist das denn jetzt? Lol. Echt jetzt? For real? Oh, Mann. For real. Krank, okay. Ich bin einfach hier so. Uhu. Hallo. Hallo. Also hier sind definitiv zu wenig Leute. Wir müssen dahin, wo viele Leute sind. Okay. Hier kriegen wir keine Daumen hoch. Und gegenseitig Daumen geben gilt auch nicht. Das will ich mal als Spielregel von vorhinein klären. Schade. Obwohl von Julia zählt natürlich. Hey, Julia. Boah, der Sound ist so geil von dem Ding, ne? Ich feier das. Ja, also ich finde mein Sound auch richtig geil. Auf jeden. Warte mal. Ich höre gar nichts. Läuft der Motor überhaupt? Krank. Boah, Junge. Ah, hier rechts, ne? Ja, aber der ist ja gerade am flippen, der Typ. Ja, Mann. Da laufen welche. Da laufen welche. Hier, hier rechts. Da laufen welche. Wo denn? Hier rechts, hier rechts. Ja, safe. Da durch, da durch. Da durch. Ja. Vielleicht sind da Leute. Ja. Ey, jetzt war der Dreck. Oh, Mann, da nicht. Hu. Oh, 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 oh. Boah, Junge. Alter. Hä? Das war so knapp. Hä? Da kannst du doch nicht schon lange fahren. Klar. 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 Da rutscht dein Reifen weg. Nein. Hä? Ich bin hier fast reingefahren. Das ist viel gefährlicher. Guck hier. Kannst du einfach drüber fahren. Was rutscht da für den Reifen weg? Alter, lenke ich dich, ey. Ja, zack. Da rutscht auch nichts weg. Einfach drüber. Lenker festhalten. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Äh, keine Ahnung. Hinten am Parkhaus. Habe ich eine Hupe? Ah ja, ich habe eine Hupe. Oh, Oase. Ach, stimmt. Oase. Da hinten sind meine Sprachen. Hä? Ja, Daumen hoch. Ja, der Daumen hoch. Der hat so Rocket oder so hat er gezeigt. Hi. Oh, Mann. Guck mal, wie guckt die denn, ey? Boah, meine Hände gehören. Manche sind so krimmig drauf, manche Menschen. Oh, guck mal. Hi, Daumen hoch. Bitte, krank. Hä? Pisch, Alter. Direkt eine Kopfnuss. Okay, wir müssen zu einer anderen Stelle, wo auch Leute sind. Äh. Alter Schwede. Okay, gut. Also, ich habe keine Ahnung, wie der Punktestand ist. Das wird man jetzt im Video später sehen. Äh, wo können wir denn noch lang? Wir brauchen nochmal einen Spot. Sollen wir nochmal zu dem? Wir fahren nochmal gerade, wo wir da am Kreisel waren. Lass nochmal da hin, oder? Am Kreisel? Ja, da wo wir am Anfang waren. Äh, okay. Äh, okay. Guck mal, der Krampi. Jawoll. Ne, das war nur Hand hoch. Das war nur Hand hoch. Wir brauchen einen Daumen. Hand hoch gilt nicht. Ja, okay, die sind aus der etwas älteren Generation. Das war Hand hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Alter Schwede. Boah, Junge. Niemals. No way. Wuhu. Von Daumen. Daumen. Oh, ein Handy hier. Das ist auf dem Handy. Ja. 100 Euro einen Punkt. Krank. Nicht, dass wir das dann... Da kriegen wir noch nachher Ärger. Weißt du, wir filmen die Autofahrer, wie die am Handy spielen. Oh. Da muss ja eigentlich jetzt die Polizei was zu sagen. Blöd, dass die nicht hier ist. Wir haben ja keine Kennzeichen gefilmt. Ja, stimmt. Wir haben ja nicht. Jetzt zensieren wir ja alle. Weiter geht. Boah. Ich brauche einen Daumen. 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 Daumen hoch. Ja. Wuuu. Super. Aber du machst immer... Ja. Wuuu. Das ist so unfair. Ja. Ja. Das ist ja voll unfair. Ja, nö. Das ist erlaubt. Es gab ja keine Regeln. Ja, genau. Nur, dass Julia keinen Daumen hoch geben darf. Das war die Regel. Ja. Ja, hä? Ja, hä? Wie soll die die ganze Zeit einen Daumen hoch geben bei dir? Das ist ja voll krass. Ja, hä? Ich muss doch hier sicheres Fahren ermöglichen, indem ich beide Hände am Lenker hab. Pfff. So eine Lüge. So eine Lüge. Oh Mann, oh Mann. Ich bin, ohne Scheiß, anscheinend richtig unsympathisch. Nein, du musst nur, du musst aggressivere Taktiken wählen hier. Aggressiv? Nein. Aggressivere Taktiken. Komm. Ich bin der Nette von uns zwei hier. Auf den Daumen zeigen hat sich bis jetzt am besten bewährt. Das liegt daran, dass du keine Brille aufmast. Man sieht zu viel von meinem Gesicht aus. Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Aber ohne Scheiß, dass wir gleich kurz irgendwo anhalten. Irgendwo anhalten? Ja. Warum denn Anna? Hände sterben, ja. Ja, das ist Part of the Challenge. Ey, dann hab ich aber gleich keinen Daumen mehr. So. Der ist einfach weg. Na, hier, jetzt. Ja! Ja, okay. Ja, haha. Hier der Fahrradfahrer. Ja, ich stehe. Drei Stück. Wie? Wie? Echt? Ich hab drei Stückes, aber ich. Asozial. Das gilt nicht. Das kann doch nicht sein. Alle, alle haben Daumen hoch. Alle? Das gilt's nicht. Nee, das kleine Baby rechts nicht. Ich hab nur zwei gesehen. Asozial. Ja, okay. Okay, gut. Julia ist die Schiedsrichterin. Okay. Okay, da muss ich jetzt hier noch härtere Taktiken auffahren. Ja, der ist kalt. Ja, Mann! Warum? Das kann doch nicht sein. Ich brauch Daumen hoch. Ey, cool, ich soll das Fahrradfahrer da. Hä? Wo, wo, wo? Oh, keine Ahnung, daumen hoch. Nein! Verdammt! 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 Wenn ihr das Video seht, ne? Oh! Der hat uns den Stich gelassen. Oh, verdammt! Lass mal hier links. Das gibt's doch nicht. Bei McDonalds auf dem Parkplatz. Safe. Daumen hoch! Nein! Verdammt! Entschuldigung, wir sammeln gerade Daumen. Möchten Sie einen Daumen nach oben geben? Das klingt total bescheuert. Ja! Von Ihnen auch! Ja! Zwei! Wuh! Dankeschön! So! Keine Chance. Das wird hier der Kampf der Giganten. Warte. Kriege ich einen Daumen von euch zwei? Asozial. Einfach, wir machen ein Spiel. Das ist asozial. Ah ja, gib mir einen Daumen hoch. Perfekt, danke. Penner. Okay, pass auf, wir einigen uns auf den Unentschieden. Okay. Ja? Ist das fair? Weil du am Anfang keine Collected hast und jetzt Collected hast. Ich hatte, glaube ich, drei zum Schluss. Jawohl. Asozial. Also unentschieden? Okay, unentschieden. Ja? Safe. Beim nächsten Mal ziehen wir das dann aber vernünftig durch. Das war ja vollkommen chaotisch. Ja, egal. Wir hatten Spaß. Also Leute, falls euch das Spiel hier mit dem Däumchen hoch gefallen hat. Ja, ich hab noch einen Daumen. Asozial. Er hört gar nicht mehr auf. Er ist im Daumenwahnsinn. Wenn euch das Game gefallen hat, dann gebt diesem Video auch einen Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas in der Art in Zukunft öfter sehen wollt. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen rum. Flohs Hände werden gleich mal irgendwo aufgewärmt, bevor die noch komplett schwarz werden, weil es so kalt ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil. Oh. 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 Oh du... Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.